Hallo, mein Name ist Martin Schneiderhahn und ich möchte euch heute etwas erzählen zu den verschiedenen Skikategorien. Wir kommen nun zu der nächsten Kategorie, der Slalomcarver. Die Slalomcarver sind auch für gute bis sehr gute Fahrer und Fahrerinnen geeignet. Sie sind für kurze und mittlere Schwünge auf harter präparierter Piste. Sie sind sehr spritzig, sie bieten einen sehr, sehr schnellen Kandelwechsel bei gleichzeitig hoher Torsionssteifigkeit. Durch diese hohe Torsionssteifigkeit in der Schaufel sind die Slalomcarver extrem eisgriffig und bieten trotzdem eine sehr gute Laufruhe und eine hervorragende Performance. Hier haben wir nun ein Beispiel für diese neue Generation von Slalomcarvern, der neue Atomic Redster D2 Slalom Modell 1516. Der Ski hat einen sehr kleinen Radius von ca. 13 Meter. Die Mittelbreite beträgt 68 Millimeter. Die Schaufelbreite bei dieser Kategorie von Skien geht bis zu 123 Millimeter, damit der Ski sehr radikal in die Kurve reinzieht, um diese enge Turns zu gewährleisten. Die Schaufelbreite bei dieser Kategorie der Kategorie von Skchevator Meckreitungen und die Kategorie von Skchevator Meckreitungen und die ZDF lightweight. Vielen Dank.